Hat sich Daniela Katzenberger die Lippen machen lassen? Judith Williams spricht über ihre schlimme Diagnose, Bell Book. Payman Amin, mein Bruder bringt mich auf den Boden zurück, Ernst August, Gerüchte über angeblichen Alkoholabsturz, Ringo Starr wird zum Ritter geschlagen nach dem Ausstieg von Camila Cabello, Auszeit für Fifth Harmony, das ist hart für alle Fans der Girlband Fifth Harmony, es ist vorerst Schluss. Nach dem Ausstieg von Camila Cabello, 21, die direkt mit ihrer Solo-Karriere durchstartete, schienen die anderen Bandmitglieder zusammenbleiben zu wollen. Aber jetzt erklärten Ellie Brucker, 24, Normani Corday, 21, Lauren Jaurigui, 21, und Dina Jane Hansen, 20, dass das Gegenteil der Fall ist. Sechs Jahre Erfolg gehen zu Ende nach sechs Jahren harter Arbeit sei es Zeit für eine Pause, verkündete die Band auf Instagram. Bekannt wurden die Mädchen vor sechs Jahren bei The X Factor USA, wo sie den dritten Platz belegten. Es folgte der Label-Vertrag mit Simon Cowell, ein Hit jagte den anderen. Mit den Songs What It und Work From Home platzierten sich die Girls auch in Deutschland erst in den Top 20 und schließlich in den Top 10. Trotz des zunehmenden Erfolgs verließ Camila Cabello Ende 2016 Fifth Harmony. Ob ihr anschließender Erfolg als Solo-Künstlerin die anderen Girls jetzt zum Umdenken bewegt? Im Video gibt's das offizielle Statement von Fifth Harmony, mit dem die anstehende Auszeit begründet wird. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.